Ihr könnt euch vorstellen, wie stark diese Andeutung über die anderen Planeten mich beunruhigen musste. Ich bemühte mich also, mehr zu erfahren. Woher kommst du, mein kleines Kerlchen? Wo bist du denn zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Er antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen. Die Kiste, die du mir da geschenkt hast, hat das Gute, das ihm nachts als Haus dienen kann. Gewiss, und wenn du brav bist, gebe ich dir auch noch einen Strick, um es tagsüber anzubinden, und einen Pflock dazu. Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu kränken. Anbinden? Was für eine komische Idee. Aber wenn du es nicht anbindest, wird es doch weglaufen. Da brach mein Freund in erneuerliches Gelächter aus. Aber wo soll es denn hinlaufen? Irgendwohin, geradeaus. Das macht nichts aus. Es ist so klein bei mir zu Hause. Und, vielleicht ein bisschen schwermütig, fügte er hinzu, Geradeaus kann man nicht sehr weit gehen. Ich hatte eine zweite sehr wichtige Sache erfahren. Der Planet seiner Herkunft war kaum größer als ein Haus. Das erschien mir gar nicht verwunderlich. Ich wusste ja, dass es außer den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch hunderte von anderen gibt, die manchmal so klein sind, dass man Mühe hat, sie im Fernrohr zu sehen. Wenn ein Astronom einen von ihnen entdeckt, gibt er ihm statt des Namens eine Nummer. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid Nummer 3251. Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen im Fernrohr gesehen worden. Ich erwähne das nur der großen Leute wegen. Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr zu den großen Leuten sagt, ich habe ein sehr schönes Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor dem Fenster und auf dem Dach, dann sind sie nicht imstande, sich dieses Haus vorzustellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus gesehen, das hunderttausend Franken wert ist. Dann schreien sie gleich, ach, wie schön. So auch, wenn ihr ihnen sagt, der Beweis dafür, dass es den kleinen Prinzen wirklich gegeben hat, besteht darin, dass er entzückend war, dass er lachte und dass er ein Schaf haben wollte. Denn wenn man sich ein Schaf wünscht, ist es doch ein Beweis dafür, dass man lebt. Dann werden sie die Achseln zucken und euch als Kinder behandeln. Aber wenn ihr ihnen sagt, der Planet, von dem er kam, ist der Planet B612, dann werden sie überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. So sind sie. Man darf ihnen das auch nicht übel nehmen. Denn Kinder müssen mit großen Leuten viel Nachsicht haben. Viel lieber hätte ich diese Geschichte begonnen wie ein Märchen. Am liebsten hätte ich so angefangen. Es war einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst, und er brauchte einen Freund. Für die, die das Leben richtig verstehen würde, das viel glaubwürdiger klingen. Es sind nun schon sechs Jahre her, dass mein Freund mit seinem Schaf davongegangen ist. Wenn ich hier versuche, ihn zu beschreiben, so tue ich das, um ihn nicht zu vergessen. Es ist traurig, einen Freund zu vergessen. Nicht jeder hat einen Freund gehabt. Entweder wir versuchen, Vielen Dank.